herzlich willkommen zu einem neuen part von let's play fifa 17 online ich bin gegen stupendo sucker glaube ich das ist mal am anfang spielst du mit dir schreibst du dich ja ja schon ich könnte keinen schuss mehr machen als der stupendo sucker in liverpool in die reds drück doch du affe stupendo sucker er geht's spiel stürmer defensiv spielen sie trotzdem nicht oder das stimmt eben 451 haben sie zwar nominell meist verteidigt meist verteidigt und sieht das geoffe und der blaue macht überhaupt nichts mittel von uns also das werden wir heute garantiert wiedersehen langsamerika er hat voll den kick gegen die torwart ist es überhaupt klar das über die flügel ich muss ja schon mal fluchen man muss den namen er kriegt auch keinen ball ich finde sie hat sie gelegenheit nein nein ein nicht in einen Händen weiterspielen das könnte ich habe eine Idee für mich und wenn es so gut geht auch viel über Flanken dann hätten wir nicht vielleicht kommt voll stark mit Freude rein mit dem Hausnachbäder das Ziel doch sehr deutlich drüben wenn sie gut schockt war ob das wohl ein Schuss aufs Tor für uns war die Maße schon wieder am Bild ja weil ich da dran komme ach so gute Aktion Arsenal in der Vorwärtsbewegung Flanke kommt, wird das ne Chance wird das ne Chance das können wir uns gefährd was können wir uns für nachher auf jeden Fall hier vorne hin kommt er jetzt ja oh Torwart von der Baust an den Schuss sehr gut im Moment kommen sie nicht dring nicht durch die Abwehr steht gut der Ball kommt nicht durch abgebobt Eckball für Arsenal der Ball kommt hier oben ans Eck Torwart Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Unten. Da kommt der Schuss. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Also wir schießen auch immer, wir treffen nur das Tor nicht. Es geht Eckstoß, Mesut Özil führt aus. Gut reagiert das Torhüter. Fast eingetreten. Alle stehen im Tor von uns. Gerade viele Leute, glaube ich, stehen gerade im Tor bei denen. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Mann Deckung gemacht. Was hast du gemacht? Der Ball, oh mein Gott. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Oh, Kacke. Wie oft passiert das mir, ey? Gibt jetzt hier doch noch Gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Da habe ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Fault ist natürlich gelbwürdig. Wie oft passiert mir das? Wird so ein bescheites Deutsch rausmachen. Er geht davon weg. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Den Ball holt er sich auf der Außenbahn. Ebenwürdiges Aufeinandertreffen hier. Wir sind aber besser. Guck mal, das wird von zwei Leuten hier gedrängt. Pass in den Schwarzraum, kommt von Özil! Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Sie sind geduldig, sie warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt Coutinho. Nur Termino. Wirds jetzt gefährlich! Lallena! Da klatscht der Ball an den Pfosten! Oh, hier wird es einmal geben. Oh, ich hab... Ach, man kann doch laufen! Auflaufen noch mal. Und Aaron Ramsey. Und nun Alexis Sanchez. Ganz schwatter Pass, Ball draußen. Das war einfach. Das wollte ich nicht von Özil noch sagen. Und das denn Schulterkopf? Ja, Özil ist wohl nicht so. Gute Aktion! Wird das eine Torchance? Was? Wie los? Und das gibt Abstoß. Pfff. Hehehe. Jetzt wirds gefährlich. Er hatte eigentlich keinen schlechten Schuss. Eigentlich. Ja, und damit hat er diesen Angriff natürlich viel zu früh hergeschenkt. Welner. Vieles ist nicht, was die beiden Teams trennt, oder? Das Wunsch von Asel muss heute einiges kommen, wenn die Gunners das Ding hier gewinnen wollen. Und nun Lallana. Jetzt könnts gefährlich werden. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Und das ist eine gute Position. Nein, der liegt vorne, oder so. Nein, ich spekuliere schon dran. Ja, wie auch so. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Natschumun real. Lallana. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aufnehmen. Lallana. Hehehe. Lallana. Lallana. Jetzt geht's an many people. Lallana. Jetzt die Flanke. Humans are not going to be fun. Hehehe. Halt an many people. Hehehe. Hehehe. Gibt's an many people. So. Hehehe. The Ecke. sie sehr konzentrieren die kann das greifen wieder an ich bin drauf gewartet dass er jetzt kommt da wird die nachspielzeit angezeigt wir bekommen noch mal vier minuten so ist einfach aus wenn ein spiel gekommen der wahl der nächste angriff von arsenal gefährliche flanke flanke geht zum abwehrspiel er noch nicht so bei mir das gibt es doch nicht nur so ja ich glaube wir haben schon nicht mehr das ist das problem ich habe mich runtergelassen ich habe mich runtergelassen ich habe mich auch schon am Ende reichen zeitlich Ich wollte aber auch 4-4-2 und sterben. Nacho Monreal. Jetzt Alexis Sanchez. Und wieder verloren. Gutes Technik. Das war so klar. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich keine Anspielstation habe? Und wieder geholt. Ich hab den mit Arne. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da gewinnt er den Zweikampf. Oxlade-Chamberlade. Die Flagge kommt gut rein. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Das war eine wichtige Parade. Ey, das gibt's doch nicht, was hier für Schussschüsse bei mir machen. So kann ich auch nie ein Tor schießen. So, so nicht. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ja, ich bin besser im Vorbereiten. Und den Verteidigen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Das könnte gefährlich werden. Coutinho. Da geht er runter und kann nicht mal abwehren. Du kommst immer an die Maus. Ey, sorry. Ich will immer zugucken. Guck dann immer. Es geht hier ab. Hätte ich gebraucht. Super gemacht. Den klärt er auf Voraus. Boah, was ein Trick. Eindruck jetzt. Hallo? So, steht. Jetzt stammt die uns mal. Arsenal in der Vorwärtsbewegung. Ramsey. Aber die schubsen, ne? Bei uns falsch ist das was. Ja. Das gibt ein Wurf. Ein Wurf. Nur na Berto Moreno. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Ja. Jetzt aber. Und holt sich ihr Mittelfeld der Ball. Hängt an Absatz. Ja, ich bin dran. Oxlade-Chamberlain. Am später sowieso nicht. Ja, wie soll ich denn da spielen? Der wäre weg gewesen. Auf beiden Seiten. Großes Lot an die Verteidigungsreihe. Oh, Mann, ey. Nichts. Mann, ey. Der hat der Abschluss auch nicht platziert genug. Und Lala. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Den habe ich gedeckt. Wird das seine Torschau? Jetzt. Ich habe. Ich habe mein Bein. Ich bin Stationen decken hier. Und Lala. Und seiner Schnelligkeit nicht mitbekommen. Da schickt er den Mitspieler. Gute Wahl für Roberto Firmino. Aber es gibt's nicht. Da ist das Tor und damit legen sie vorne. Da guckt sie das Tor an. Sie lassen heute einige Sachen schauen so. Und jetzt in der Gegendreffer. Ja, so ist es ein Nicht-Anstieg im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Jetzt können sie jubeln. Lange hat es gedauert bis zum ersten Tor. Oh, problemlos hat er den Ball. Egal. Mané. Das könnte die Chance werden. Sehr guter Einsatz. Jetzt ist die Kugel weg. Den Spiel der Steil. Was? Mach doch mal. Da greift der Schiedsrichter. Mensch. Menschens. Okay. Jetzt gibt es hier die rote Karte. Wir müssen jetzt mal ein bisschen frisches Tempo reinbringen. Mh. Machen wir das so. Boah, der mit frischen Tempo. Schieß den Ball jetzt einfach rein. Ich bin das gewesen. Mh. Und damit müssen sie aufpassen, sie führen zwar aber... was anderes wie es. Nein. Ich bin das guter. Mh. Gute Parade. Manné. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Der Ball ist draußen. Wird Einwurf geben. Klein. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Mh. 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 Mann. Wir können keine Ecken. Mh. 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 Pfeil hier. Mh. 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 sitz noch nach montreal er macht das spiel schnell und vor allem die sind der war da abgefahren da hat er auch gut aufgepasst und es gibt es doch nicht aber er nimmt den Kopf also die Wettbewerb das gibt es doch nicht das machen wir nicht die Schüsse die Freizeit wo sie auf den Schrauben ein bei dem Ausland er ist der Mann Schüsse müssen manche mit der Köln schließen 2 gegen dich nicht NONONONO Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 1 zu 0. Eine Idee habe ich noch. Nein, ich möchte nicht mehr Asen sein. Ich weiß auch, wie wird unser Programm lösen. Nein, ich möchte nicht mehr Asen sein. Okay, wir danken uns für's zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut.